Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Vielen Menschen ist es im Alter wichtig, selbstbestimmt und autonom zu Hause zu leben. Und trotz aller Zipperlein, die sich mit der Zeit einschleichen, geht das ja auch lange gut. Aber dann kann etwas passieren, was die Gesundheit ernsthaft ins Banken bringt. Und nun ist die Frage, wie schafft man es in Zukunft wieder, selbstbestimmt und autonom zu Hause zu leben? Bei mir ist Urda Thiedemann von Gijitski. Sie ist Chefärztin der Geriatrie an der Asklepios Klinik Bad Oldesloe. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Thiedemann. Vielen Dank, Frau Kahler. Ein Sturz mit 40 ist nicht ein Sturz mit 80, ne? Da sagen Sie was Wahres. Mit 40 ist ein Sturz relativ schnell zu verkraften. Man steht wieder auf, selbst wenn man sich was gebrochen hat, hat das keine lebensverändernden Konsequenzen. Mit 80 sieht die Situation schon anders aus. Ja, so Kleinigkeiten können einen wirklich so aus der Bahn werfen, dass man eigentlich nicht mehr selbstständig zu Hause weitermachen kann. Genau. Das bedroht jemanden mit 80 eben in einem ganz anderen Ausmaß. Und deshalb gibt es ja die Geriatrie, muss ich sagen. Ja, genau. Wir haben uns ja schon im Vorfeld überlegt, so eine Beispielpatientin, die bei Ihnen so häufig anzutreffen ist als Typ. Ich habe mir notiert, sie ist 88 Jahre alt, eine Frau. Genau. Also, das ist eine Patientin, die wir quasi täglich in der Geriatrie finden können. Eine zum Beispiel 88-jährige Patientin, die bisher zu Hause ganz autark lebt, alles im Alltag selbst bewältigen kann. Die hat keinen Pflegedienst, keinen Pflegegrad. Sie kauft selbstständig ein, braucht vielleicht bei Kleinigkeiten Unterstützung durch die Familie. Aber ansonsten ist es wohl eher so, dass sie eher noch für die Familie da ist, dass ein oder andere regelt und eigentlich gut klarkommt. Sie hat vielleicht im Laufe der Zeit ein paar Päckchen quasi eingesammelt, gesundheitliche Probleme. Hat vielleicht mal einen Herzinfarkt gehabt, hat eine leichte Herzschwäche, die im Alltag aber nicht viel auffällt und ist ansonsten gesund und munter. Genau. Hat ab und zu einen Rollator, aber nur draußen. Genau. Wenn sie rausgeht, benutzt sie den vielleicht. Das stört sie aber nicht. Relevant ist es nur so ein kleines Sicherheitsmoment für sie. Und ein bisschen Tabletten schluckt sie auch, ne? Genau. Also sie nimmt natürlich ihre Herzmedikamente, das ist ja klar. Aber sie nimmt auch vielleicht ein paar Schlaftabletten regelmäßig. Das verrät sie uns aber nicht. Ne, klar. Das läuft so mit. Das hat sie nicht so. Genau. Und dann stürzt sie aber, weil sie Covid-19 bekommen hat. Das ist ja auch gern genommen. Genau. Das ist ja nun auch wieder die Jahreszeit. Und so eine Corona-Infektion verändert doch die Widerstandskraft ganz erheblich. Und jetzt fällt sie und bricht sich tatsächlich das Bein, kommt in die Klinik. Und die Patientin, die vorher noch ganz selbstständig und fit war, ist jetzt plötzlich in einer komplett anderen Situation durch eben eine minimale Kleinigkeit durch diesen Sturz. Ja. Also genau. Wobei der Sturz ja eigentlich das am schnellsten Reparierte ist. Also das heißt, sie ist gestürzt, sie ist chirurgisch versorgt worden. Davon gehen wir jetzt mal aus. Genau. Das Bein ist quasi repariert. Und damit sollte man meinen, dass alles gut wäre. Aber sie ist nicht repariert. Nein, mitnichten ist das so. Wie geht es ihr denn jetzt, der 88-Jährigen? Das Gleichgewicht ist ziemlich gestört. Also die leichte Herzschwäche, die sie vorher hatte, hat sich jetzt verstärkt. Sie ist vielleicht luftnötig. Dann kommt sie jetzt in die Geriatrie. Und wir müssen überlegen, woher kommt denn das? Das kann natürlich sein, dass es im Rahmen der Corona-Infektion ist. Vielleicht hat sie eine Lungenentzündung entwickelt. Vielleicht ist es die Herzschwäche, die schon vorher bestand. Durch die Corona-Infektion kann sie Herzrhythmusstörungen bekommen oder auch eine zusätzliche Schwächung des Herzmuskels. Da ist es unsere ärztliche Aufgabe, erstmal hinzuschauen, was jetzt vorliegt. Man wird also einen Herzultraschall machen. Man muss auch überlegen, ob vielleicht durch die Beinoperation eine Lungenembolie mit einer Thrombose vorliegt. Da muss man gegebenenfalls eine Computertomographie machen, um die Lunge genauer zu untersuchen. Alle diese Dinge sind erstmal vorrangig, um dieses Symptom Luftnot einzuordnen und diese medizinische Komplikation zu stabilisieren. Also genau, Luftnot ist die eine Geschichte, auf die Sie dann ganz besonders gucken. Das zweite ist, sie ist so ein bisschen tüdelig jetzt. Genau, auch sehr häufig ist es so. Man muss sagen, den Angehörigen fällt es häufig auf, was wir jetzt eben schon gesagt haben. Mama ist irgendwie tüdelig, die ist irgendwie anders. Mal kann sie mir sagen, was Sache ist und mal haben wir den Eindruck, sie kann sich nicht richtig konzentrieren. Sie wirkt irgendwie unruhig. Das muss ein Alarmsymptom sein. Was wir da vor uns haben, ist eine Patientin, die jetzt ein Delir bekommt. So nennt man das. Es ist ein akuter Verwirrtheitszustand. Und wir müssen als Ärzte und als geriatrisches Team, über das wir ja gleich noch sprechen, möglichst schnell herausfinden, woran das denn liegt. Warum konnte das System jetzt so entgleisen? Warum ist sie denn jetzt tüdelig? Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Letztendlich ist das häufig organisch verursacht. Also sprich, ist einem handfesten Umstand geschuldet, warum das so entgleitet. Das kann einerseits schon diese Corona-Infektion sein. Das führt bei vielen Patienten dazu, wie jeder andere Infekt auch, dass so Überforderungssituationen quasi entstehen können. Dann ist vielleicht die Herzschwäche ein weiterer Grund. Sie wird vielleicht nicht mehr mit Luftnot. Das macht Angst. Sie hat durch die Operation, durch die Narkose vielleicht eine Situation erlebt, wo sie starke Schmerzen hatte, wo sie nicht genau wusste, wo bin ich. Vielleicht hat sie ihre Hörgeräte und ihre Brille nicht dabei gehabt. Oder die Schlaftabletten. Ja, genau. Oder eben die Schlaftabletten. Das ist noch ein anderes großes Thema. Sie hat uns ja nicht verraten, dass sie regelmäßig Schlaftabletten, insbesondere solche Benzodiazepine, nimmt. Das ist in der Generation weit verbreitet. Diese Patienten nehmen das vielleicht schon 30 Jahre und halten das nicht für wichtig. Und jetzt hat die Patientin aber vielleicht uns das nicht gesagt und kommt quasi in eine Entzugssituation. Ja, genau. Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, das ist eine ganzheitliche Behandlung im Grunde genommen, die da stattfindet. Also man schaut sich nicht nur eine Sache an und alle Ihre Fachrichtungen, die Sie im Hause haben, gucken sich auch diese Patientin an. Ist das das, was man als Assessment bezeichnet? Ja, also das ist sozusagen die Kernkompetenz der Geriatrie. In der Geriatrie betrachten wir den Patienten wirklich ganzheitlich. Also wir sind ein großes Team von Ärzten, Pflegenden und Therapeuten. Und es ist so, dass jede Berufsgruppe sich jeden einzelnen Patienten individuell anguckt und nach, ja quasi beurteilt und guckt, was für Defizite liegen. Welche Berufsgruppen sind denn das? Ja, angefangen haben wir ja schon ein bisschen gesagt, was so die ärztliche Berufsgruppe macht und die medizinischen Probleme sortiert. Und dann gibt es die Pflegenden, die gucken, wie die Fähigkeiten so im Krankenhausalltag sind und führen sehr genau Buch über das, was alles sozusagen vielleicht schon als Hilfsmittel vorher zu Hause gewesen ist. Und dann kommt die große Berufsgruppe der Therapeuten. Da gibt es einmal die Physiotherapeuten, das kennt ja irgendwie jeder. Die sorgen dafür, dass der Patient körperlich wieder fit wird, auf die Füße kommt, Muskeltraining macht. Vielleicht war vorher schon muskuläres Defizit da, sodass dann also diese Berufsgruppe insbesondere das körperliche Training übernimmt. Dann gibt es die Berufsgruppe der Ergotherapeuten, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Da kann man vielleicht sagen, dass die viel für Alltagskompetenz der Patienten zuständig sind. Wenn ein Patient zum Beispiel einen Schlaganfall hat und irgendwie Lähmungen hat oder Gefühlsstörungen, dann ist das die Domäne der Ergotherapie. Oder bei dieser Patientin würden wir tatsächlich alltagsrelevante Übungen machen. Ja, genau. Also wie verhalte ich mich im Bad, wenn mein Bein nicht richtig mitmacht? Oder keine Ahnung, vielleicht hat sie zusätzlich noch eine Verletzung im Arm oder auch nur eine Prellung. Wie kann ich das dann mit einer Hand sinnvoll lösen? Das ist sozusagen, was die Ergotherapeuten machen, eine ganz, ganz wichtige Funktion. Dann haben wir noch die Psychologen oder Neuropsychologen. Unsere Patientin war jetzt so ein bisschen tüdelig, hatte sozusagen ein Delir. Die Psychologen haben erstmal die Aufgabe, sich das Ganze anzuschauen, wie ausgeprägt das ist. Und arbeiten dann mit den Patienten daran, wieder viel Struktur zu bekommen. Das ist ein ganz relevanter Punkt, dass die Patienten tagsüber aktiv sind, aus dem Bett kommen, in die Bewegung kommen. Viele haben auch einen enormen Bewegungsdrang, wenn sie so einen Delir haben, dass man der Geschichte auch nachgibt. Und dass auf der anderen Seite auch nachts eben Ruhe ist, damit auch die Energie wieder da ist. Da müssen wir unterstützen. Die weitere Berufsgruppe, bei dieser Patientin jetzt nicht so relevant, ist die Logopädin. Die kümmert sich halt um Sprach und Sprech, aber eben auch um Schluckstörungen, auch ein Riesenthema in der Geriatrie. Man denkt ja, das kommt vielleicht nur bei Schlaganfällen vor, ist aber nicht so. Viele ältere Patienten haben zum Beispiel eine chronische Lungenerkrankung. Und da kann es häufig zu Schluckstörungen kommen, sodass auch diese Berufsgruppe einen extrem wichtigen Beitrag dazu leisten kann, Patienten als Ganzes zu sehen und eben auch als Ganzes wieder zu fördern. Genau. Und dann gibt es ja noch den Sozialdienst. Was macht denn der? Dann gibt es den Sozialdienst oder auch das Entlassmanagement genannt. Die machen erstmal eine Befragung, stellen fest, wie ist die Situation zu Hause gewesen. Und dann stellen sie gegebenenfalls einen Pflegegradantrag. Sie sorgen dafür, dass vielleicht für zu Hause für die erste Zeit ein Pflegedienst kommt. Oder wenn es eben nicht wieder nach Hause gehen kann, was ja durchaus auch möglich ist, sorgen die dann dafür, dass ein Pflegeheim gefunden wird oder eine 24-Stunden-Kraft. Die Palette ist ja breit. Der Sozialdienst führt dann mit den Angehörigen und den Patienten Gespräche und organisiert Hilfsmittel und findet Lösungen und Pläne für die Zeit nach der Krankenhauswahl. Jetzt nehmen wir mal an, unsere Patientin könnte doch wieder nach Hause. Aber es gäbe schon noch so Kleinigkeiten zu tun, regelmäßig. Und da gibt es ja bei Ihnen auch eine Tagesklinik, in die sie ja dann kommen kann, ohne stationär zu sein. Genau. Also wenn wir uns wieder unsere nette Dame vorstellen mit ihren 80 Jahren und dem gebrochenen Bein, hat sie hoffentlich nach der Behandlung in der Geriatrie ihre Alltagskompetenz wiedergefunden. Ihr Delir ist behandelt, sie findet wieder ihre Strukturen und kann nach Hause gehen. Sie hat aber vielleicht durch diesen Sturz doch noch erhebliche Unsicherheiten, weil sie eben auch Angst hat. Sie hat das ja erlebt, hilflos zu sein und braucht jetzt einfach auch Selbstvertrauen. Und dann gibt es die Möglichkeit dieser tagesklinischen Behandlung. Die Patienten sind also schon wieder nach Hause entlassen, schlafen zu Hause, wohnen zu Hause und können nochmal für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen tagsüber in unsere Klinik kommen. Werden abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Sind tagsüber in der Klinik, bekommen wieder dieses Assessment, also wieder gucken sich alle Berufsgruppen an, wo denn jetzt noch die Probleme liegen und helfen dann für weitere Defizite. Das Gute an der Tagesklinik ist, dass das so eine Art Gruppendynamik entwickelt. Die Patienten sprechen miteinander, sie helfen sich untereinander. Es wird, abgesehen von diesen Einzeltherapien, die natürlich extrem wichtig sind, um die Kraft wiederzukriegen, auch sehr viel für die psychische Stabilität getan. Die Patienten gehen regelmäßig raus, also raus meine ich richtig, raus an die frische Luft in der Gruppe von Therapeuten begleitet, weil man nicht unterschätzen darf, was das für eine Verunsicherung ist, wenn man erstmal so einen Sturz hatte und so eine Hilflosigkeit erlebt hat. Ja, genau. Und man knüpft noch neue Kontakte, nehme ich mal an. Man knüpft neue Kontakte und findet tatsächlich nochmal ins Leben in einer anderen Art und Weise zurück. Ja, das muss man viel sagen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, Frau Kala. Und wir sehen uns wieder auf LinkedIn, YouTube, Instagram und Facebook. Werden Sie gesund!